Willi Ball, Willi Karl Jenschke war ein aus Österreich stammender experimenteller Kern- und Teilchenphysiker. Jenschke studierte von 1930 bis 1936 Physik an der Universität Wien. 1935 promovierte er bei Georg Stetter. Zusammen mit Friedrich Prankel veröffentlichte er weitergehende Untersuchungen zur von Otto Hahn entdeckten Spaltung des Uran. Während des Zweiten Weltkriegs war er am deutschen Uran-Projekt beteiligt. Nach dem Krieg emigrierte er in die USA, wo er 1950 Professor an der University of Illinois wurde. 1956 erhielt Willi Ball Jenschke einen Ruf an die Universität Hamburg, dessen Annahme er mit der Forderung nach Forschungsmöglichkeiten an einem modernen Teilchenbeschleuniger verknüpfte, was zur Einrichtung des deutschen Elektronen Synchrotron führte. Von der Gründung des DESY bis Ende 1970 war Jenschke Vorsitzender des DESY-Direktoriums und parallel dazu mehrere Jahre Direktor des 2. Instituts für Experimentalphysik der Universität Hamburg. Von 1971 bis 1975 war er Direktor am CERN. Nach seiner Zeit als CERN-Direktor nahm er seine Tätigkeit an die Universität Hamburg wieder auf. Unterbrochen von einem einjährigen Studienaufenthalt am Stanford Linear Accelerator Center. 1980 emeritierte er von der Universität Hamburg, blieb jedoch seinen wissenschaftlichen Wirkungsstätten DESY und CERN eng verbunden. Nach langjähriger Krankheit verstarb er im Alter von 90 Jahren. Auszeichnungen Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien Dr. H.C. University of Illinois Dr. John T.